Ja, Georg Diegruber wieder mit einem Tagesvideo. Der Hintergrund oder der Wunsch ist ja, etwas zu vermitteln, was wir machen, um den Kongress bewusst gemeinsam leben. Nächstes Jahr im September, also September 2019, aufzubereiten. Wir sind Schatzsucher oder Schatzfinder. Es hat uns ein Buch erreicht von Franz Rormoser, Mein Einsatz für die bäuerliche Zukunft. Dieser Franz Rormoser ist ganz in der Nähe in Großau, also 20 Kilometer entfernt von uns und gibt ganz viele erbauernde Dinge. Die sammeln wir, stellen wir entsprechend zur Verfügung. Wichtig wäre, dass unser Netzwerk in die Breite kommt. Warum? Damit wir einfach gesehen werden und wir fördern auch Unternehmen mit innovativen, tollen Produkten, weil es immer mehr Herausforderung wird, die Menschen, ich sage jetzt bewusst Konsumenten, zu erreichen. Und das werden sehr, sehr ermutigend Dinge, Dinge, Sachen, die auch den Menschen dienen, gesundheitsmäßig wie immer. Auf alle Fälle die Bitte, bewusst gemeinsam leben, dieses Netzwerk zu teilen. Und heute war das Highlight der Franz Rormoser, Mein Einsatz für die bäuerliche Zukunft, ist ein bisschen ein älterer Herr. Aber das sind eben die Pioniere, die der Zeit weit voraus sind und mit denen können wir jetzt auch wirklich aufbauen und verändern und den ländlichen Lebensraum fördern, was uns ein Anliegen ist. Abschließend noch einen Punkt, weil man öfter mal hört, die Beamten, die sind starrsteif, ich habe heute genau das Gegenteil erlebt, mit einer Dame vom österreichischen Gemeindebund telefoniert. Es geht um die Tagung in Vorarlberg, da ist einem für sich alles abgeschlossen. Dennoch dürfen wir dabei sein, also volles Engagement, Flexibilität. Es gibt immer zwei Seiten im Leben und wir schauen auf die aufbauende, ermutigende. In diesem Sinne einen schönen Tag, bis bald. Euer Georg Diegruber